Ich glaube, ich habe heute meinen allerersten Hacker in Fortnite getroffen. Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt. Digger, was hat er für eine Waffe? Ist das gottlos. Willst du mich verarschen? Der hackt doch 100%, Mann. Leute, den müssen wir kurz backtapen. Bro, was geht mit seinem Aim up? Ist das wirklich ein Hacker, Leute? Weil sein Movement ist richtig kacke. Ja, das ist 100% ein Hacker. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall mal gemeldet, Leute. Weil er immer drauf ist. Seine Cheats sind scheiße. Seine Cheats berechnen nicht den Bullet Drop mit ein. Ja, 100%. Er trackt ihn durch, die Bäume durch. Sein Cheat funktioniert nicht so gut, ne? Digger, das ist so zu 1000% ein Hacker. Und gegen den verliere ich mir gegen den eigentlich eine Challenge, Mann.